Er ist Chef des Bundeskanzleramts, Leiter des Corona-Krisenstabs und Arzt. Zu unserem Tagesgespräch begrüße ich ganz herzlich Helge Braun. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Herr Braun, keine bundesweiten Ausgangssperren, aber Kontaktverbot. Ob das für die Bevölkerung so viel besser auszuhalten ist, das hängt natürlich auch davon ab, wie lange wir alle so leben müssen. Auf was müssen wir uns denn da tatsächlich einstellen? Also zunächst mal kann man sagen, dass jetzt am vergangenen Wochenende wirklich sehr viele Menschen in Deutschland sich absolut vorbildlich verhalten haben. Wir haben aber leider gesehen, dass es eben wenige gibt, die die Gesundheit vieler aufs Spiel setzen. Und deshalb haben wir die Regeln nochmal sehr klar gemacht. Jeder kann mit seiner Familie, mit der er eh zu Hause lebt, gerne vor die Tür gehen. Frische Luft ist ja was Wichtiges. Darüber hinaus können sich auch Einzelpersonen mit Einzelpersonen treffen. Und allein kann man natürlich sowieso unterwegs sein. Das war nochmal eine wichtige Klärung, ob man das dann am Ende wie in einigen Ländern als Ausgangsbeschränkung oder in anderen als Kontaktbeschränkung umsetzt. Das ist juristischer Kram. Aber wichtig ist, dass die Menschen jetzt wissen, woran sie sind. Das ist unangenehm. Aber es ist in dieser Lage, dieser ernsten Lage in unserem Land einfach absolut notwendig. Für wie lange? Für wie lange? Wir haben das, weil es ein schwerwiegender Eingriff ist, jetzt mal für zwei Wochen gemacht. Und dann werden wir schauen, ob es weiter notwendig ist. Das sehen wir, wenn wir sehen, ob die Zahlen sich der Infizierten reduzieren. Herr Braun, aktuell ist natürlich nicht die Zeit, um eine ausgiebige Föderalismusdebatte zu führen. Das ist klar. Doch die Frage drängt sich ja immer mehr auf. Inwieweit benötigt der Bund weitere Kompetenzen im Kampf gegen das Virus? Welche Änderungen braucht es im Infektionsschutzgesetz? Also wir werden ja heute im Bundeskabinett Änderungen im Infektionsschutzgesetz vornehmen. Und trotzdem werden wir dabei nicht den Föderalismus aushebeln, sondern wir müssen auch akzeptieren, dass es regional auch unterschiedliche Situationen gibt. Es kann sein, dass es notwendig ist, in Regionen, die besonders betroffen sind, etwas andere Maßnahmen vorzunehmen. Es gibt auch Besonderheiten in den Grenzregionen, wenn zum Beispiel in Frankreich andere Regeln gelten als in Deutschland und dann Leute aus einem besonderen Infektionsgebiet über die Grenze zu uns kommen oder eben die Italiener, die über Österreich kommen, aus einem sehr, sehr problematischen Infektionsgebiet. Also ein bisschen Unterschiedlichkeit ist in Ordnung. Aber mit dem gemeinsamen Beschluss der Bundeskanzlerin, der Ministerpräsidenten gestern, haben wir jetzt für ganz Deutschland, für den Bürger jedenfalls eine klar verständliche und einfache Linie, wie zu verfahren ist. Jetzt sagt die Weltgesundheitsorganisation, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote, die reichen nicht aus. Also die WHO fordert von den europäischen Regierungen, die Zahl der Tests massiv in die Höhe zu fahren, um Infizierte ja so früh wie möglich von anderen zu isolieren. Jetzt werden Sie vermutlich, Herr Braun, mir sagen, Deutschland testet schon sehr viel mehr als andere. Aber Erfahrungsberichte, die zeigen ja, wenn man so einen Test machen möchte, das kann Stunden, Tage dauern, wenn es diesen Test dann überhaupt gibt. Also Personen, die direkten Kontakt mit Infizierten hatten, die bekommen keinen Test, wenn sie keine Symptome haben. Wieso das denn? Sind die Kapazitätsgrenzen der Labore jetzt schon erreicht? Nein. Erstens arbeiten wir daran natürlich, obwohl wir, Sie haben recht, mehr testen als fast alle anderen Länder, weiten wir unsere Testkapazitäten aus. Und es ist einfach wichtig, das müssen auch die Menschen verstehen, dass es für die Frage, wann es ein Test sinnvoll, einfach Regeln gibt. Wenn man sich zum Beispiel vor ganz kurzer Zeit Kontakt zu einem Infizierten hatte, dann kann der Test noch gar nicht positiv sein. Also müssen wir dann, muss man mit der Ungewissheit eine kurze Zeit leben, bevor man dann sinnvoll testen kann, um zu gucken, ob man sich wirklich angesteckt hat. Diese Regeln müssen eingehalten werden, weil momentan ist es so, dass wir eigentlich für die Zahl der Infizierten, die wir haben, ausreichend Testkapazitäten haben. Und wir bauen weitere auf, wenn die Zahlen steigen. Aber es gibt eben auch sehr viele Anfragen von Menschen, die einfach aus Sorge sich testen lassen wollen. Dafür, dass sozusagen jeder sich regelmäßig testen lassen kann, dafür haben wir natürlich nicht genügend Kapazität. Für wie gut vorbereitet halten Sie inzwischen die deutschen Krankenhäuser auf das, was da auf Sie zukommen wird? Also nicht nur die Intensivbetten, also es geht ja nicht nur um die Intensivbetten, sondern es mangelt ja jetzt schon an Schutzkleidung für das medizinische Personal. Das Bundesgesundheitsministerium und Jens Spahn auch ganz persönlich arbeitet Tag und Nacht dran, dass wir schnell mehr Schutzausrüstung bekommen. Wir haben auch ganz viele Verträge geschlossen und erste Schutzausrüstung ist jetzt auch schon eingetroffen und wird jetzt an die Krankenhäuser verteilt. Und dennoch brauchen wir mehr. Und deshalb will ich auch jetzt nicht behaupten, dass das alles schon in trockenen Tüchern ist, sondern je mehr jetzt bei uns ankommt, desto eher können wir dann auch schrittweise Entwarnung geben bei dem Thema. Aber sozusagen der Aufbau von zusätzlichen Kapazitäten in den Krankenhäusern ist momentan unsere größte Herausforderung und eine wirklich gigantische Aufgabe für die Krankenhäuser vor Ort, weil wir die Sorge haben, dass aufgrund der schnellen Entwicklung wir unsere Krankenhauskapazitäten mindestens verdoppeln müssen. Das ist eine ganz große Aufgabe und da geht es ja nicht nur um Material, um Betten, um Beatmungsgeräte und um Verbrauchsmaterialien. Da geht es vor allen Dingen um qualifiziertes Personal und das ist immer eine knappe Ressource. Und deshalb sind alle unter Hochdruck dabei, das vorzubereiten. Aber wir brauchen jetzt diese Verlangsamung der Infektionen durch diese Kontaktreduzierung, damit wir genügend Zeit haben, das Gesundheitswesen vorzubereiten, dass jeder, der krank wird, eine gute Versorgung bekommt. Das ist wirklich das Allerwichtigste und das ist eine ganz große Arbeitsaufgabe, wo wir unter Hochdruck dran sind. Also es geht jetzt darum, Zeit zu gewinnen, das ist klar. Der Virologe Christian Trosten, mit dem arbeiten Sie ja momentan auch sehr viel zusammen, ist der Meinung, man müsse nun so schnell wie möglich einen Impfstoff herbeizaubern. Dafür müsse man wahrscheinlich regulative Prozesse erleichtern und auch ein mögliches Risiko bei Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Und für so ein solches Risiko müsse dann auch der Staat haften. Dann die Frage an Sie, ist der Staat dazu bereit? Also wir haben ja mehrere Unternehmen auch in Deutschland, die unter Hochdruck an einem Impfstoff arbeiten. Und wir haben den Unternehmen auch jede Unterstützung des Paul-Ehrlich-Instituts, was für die Impfstoffzulassung verantwortlich ist, zugesagt. Auch das Bundesforschungsministerium und Anja Karliczek haben finanzielle Unterstützung für die Impfstoffentwicklung zugesagt. Das läuft alles. Die ganz schwierige ethische Frage ist, kann man die Impfstoffentwicklung angesichts der drohenden Zahl an Infektionen und auch Toten in Deutschland und auf der ganzen Welt irgendwie unter ethischen Bedingungen auch noch beschleunigen? Und da richtet sich die Frage der Politik zurück an die Wissenschaft. Das sozusagen kann keine politische Entscheidung sein, sondern in der Abwägung sozusagen des Krankheitsgeschehens brauchen wir eine Antwort der Wissenschaft, was ist vertretbar an Beschleunigung von Impfstoffentwicklungen? Und wir haben in Deutschland für diejenigen, die sozusagen in den klinischen Tests als Probanden Medikamente oder Impfstoffe als Erste bei sich zur Anwendung bringen, gute Regeln, um die zu schützen. Und auch in dem schlimmen Fall, dass eben ein solches Medikament Nebenwirkungen oder ein Impfstoff Nebenwirkungen hat, einen entsprechenden Schutz für diese. Aber die Frage, was ist gegenüber unseren guten und ethischen Regeln, die wir normalerweise haben, jetzt anders vertretbar? Das ist eine Frage. Da brauchen wir die Expertise der breiten Meinung der Wissenschaft. Ich bedanke mich, Herr Braun. Vielen Dank und Grüße nach Berlin. Gerne.